an dieser stelle melde ich mich einmal ganz kurz aus dem schnitt zurück ich habe das video um der bildschirmaufnahme verkackt ich wollte schnell schnell machen das war ein fehler ich werde jetzt einfach in dem video black screen einblenden ihr könnt einfach entspannt zuhören ihr hört ja alles was ich sage ich lese die sachen vor die wichtig sind ja tut mir leid passiert manchmal das ist jetzt das erste mal das so richtig scheiße gelaufen ist ja wird nicht mehr passieren ich hoffe das video gefällt euch trotzdem noch eine kleinigkeit in eigener sache ich habe einen zweiten kanal eröffnet der bisher schon 17 abonnenten hat wir gehen in basketball rein also alles was mit dem zu tun hat was wirklich auf dem court passiert nba olympia jetzt aktuell werde ich berichten auch short so kleine neuigkeiten das mache ich auch auf tik tok wer es aber auch auf dem youtube kanal unter shorts hochladen also dass ich dieses gaming hier auf dem kanal habe und das was wirklich nba real talk ist auf dem anderen kanal all nba von mir ich hoffe ihr guckt mal vorbei und ich hoffe es euch dankeschön nba 2k möchte unser feedback unser feedback zu den bisherigen nba 2k 25 announcements trauen die sich das wirklich ist das deren ernst welche announcements bevor wir hier reingehen und genau wissen was die fragen wollen schreibt jetzt mal in die kommentare was bisher krasses von nba 2k announced wurde wozu man eine meinung haben kann cover ratings von rookies sind noch nicht mal draußen wir haben videos von facecans von rookies die covers wie gesagt wir haben die neuigkeit das next gen jetzt auch pc hat fünf jahre zu spät und wir haben die edition und was für vorbesteller boni und so weiter wir haben und jetzt kam zehn prozent vorbesteller bonus noch mal beworben ja die haben panik die haben panik weil sie merken dass die vorbestellung bisher nicht so gekommen sind wie sie sich das erhofft haben jetzt wollen die unsere meinung haben damit die dahinter herrennen können ich bin sehr gespannt auf die fragen es wird spannend okay wir haben jetzt bestätigt dass wir keine roboter sind und kriegen jetzt folgende fragen gestellt drei minuten soll das ganze dauern wir gehen es mal gemeinsam durch ihr könnt bitte auch diese umfrage machen der link ist im discord es kann sein dass der auch auf twitter zu finden dass ich werde euch den link auf jeden fall in die video beschreibung hauen damit ihr denen mal eure meinung sagen könnt bitte bestellt nicht vor jede vorbestellung ist eine bestätigung für diese firma dass sie die sachen die sie jetzt machen richtig machen und das machen sie definitiv nicht und das werden wir jetzt hier auch dementsprechend beantworten die fragen sind auf englisch ich hoffe ihr werdet zu verstehen ansonsten ja das wichtigste wenn es wirklich schwer ist wenn ich wissen übersetzen erste frage what is your favorite nba 2k game mode from this list bei mir ist das my team das ist für jeden unterschiedlich which version of nba 2k do you primarily play playstation 5 das sind jetzt erstmal allgemeine fragen damit die wissen welche zielgruppe sie hier bei mir ansprechen oder ansprechen müssen during the last two weeks did you see or hear any announcement about ja müssen wir ehrlich sein ja haben wir gehört haben wir gesehen how would you rate your excitement for finding out what's new in nba 2k 25 extremely low wobei man muss ehrlich sein mein excitement generell was neues zu sehen ist somewhat low und dann müssen wir bewerten was jetzt so rauskam das war formerly als nba 2k 25ärm Millen bin ich mich sehr willkommen war nicht hoch yaptürtung über die 1 die 2k 25 war die 1 ausgelast sommer mich sehr wahrscheinlich sind 아니에요 das�be war mit ja achter im liste packen sich das raums jamais und nicht auf die 2k 25 hit needs impact your excitement for the release no impact no impact mir ist scheißegal wer auf dem cover ist ich will ein gutes spiel ich will kein schönes bild da vorne drauf haben are you aware that if you get and play nba 2k 25 bei oktober 17 2024 you will unlock the trendsetter reward which includes so da wird in der das ist so krass wie diese frage gestellt ist merkst du schon wieder das ist schon wieder werbung sie wollen die unter die nase reiben was sie dir alles geben junge 15.000 wie sie das sind vier euro oder so sie tun so als ob die mich hier gerade eine million schenken das ist so armselig are you aware that if you have played nba 2k 24 und playstation xbox you can get 10% loyalty ja 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 ich weiß das are you aware that if you pre-order nba 2k 25 from the playstation store you will receive these additional bonus items uh no no weiß ich nicht how does trendsetter rewards impact your interest in 2k 25 uh no impact how does hall of fame edition 10 discount impact your interest no impact how does playstation store exclusive pre-order offer impact your interest no impact no impact no impact no impact das ist mir scheißegal was ihr da reinpackt you mentioned that you recently saw or heard announcements about 2k 25 where did you encounter those announcements select all that apply uh in the video game social media and that's it how did encountering the following announcement impact your interest no impact which of the following statements best describes your current plan for nba 2k 25 select one of the one that most closely catches you matches you i have pre-ordered no i will pre-order no i will pre-order no i will not pre-order nba 2k 25 bisher ist es das also dass ich nba während dem release monat holen werde i will get nba 2k 25 nach dem release monat i will get nba 2k 25 nach dem monat wenn der preis stimmt wenn der preis stimmt ich bin unentschlossen ich will warten bis ich mehr raus finde ja man das werde ich anklicken einfach nur um den zu zeigen dass die scheiße machen ich bin unsicher und werde warten wie reviews und erfahrungen von anderen sind ja man i will not get nba 2k 25 das werde ich nicht ankreuzen weil das ist zu extrem weil wenn die jetzt sagen okay wir gehen jetzt einfach mal davon aus dass meine meinung zählt was sie nicht tut am ende des tages aber wenn ich jetzt hier schreibe oder ankreuze ich werde das spiel eh nicht holen dann scheißen die auf mich wenn du unentschlossen bist und erstmal darauf wartest was andere darüber sagen dann muss das spiel ja gut sein in diesen meinungen damit ich weiterhin interessiert bin psychologie oder wie andere sagen würden psychologie which of the following statements best describes you i'm wanting to learn what's new in the w i'm waiting to learn what's new in the city no i'm waiting to learn what's new in my play and my career no my nba no gameplay my team oh okay da muss ich mich entscheiden mein team mein team gameplay finde ich ehrlich gesagt fein dieses jahr ich will mein team thank you for your time we can't wait to share more information und dann haben wir schon wieder diesen kack trailer das sind alles nur real life bilder das ist noch nichts aus dem echten spiel erinnert ihr euch noch an das video wo ich gezeigt habe was fifa gezeigt hat als sie die vorbestellung veröffentlicht haben da hat man wenigstens schon so in game filmmaterial gesehen ja dieses so geil gemacht aber hier gar nichts nba 2k hat gemerkt dass sie in ihrer promophase ein bisschen verkackt haben und jetzt wollen sie eine umfrage starten damit sie rückmeldung haben in welche richtung sie jetzt noch ein bisschen mehr machen müssen dass mehr leute vorbestellen wann checkt diese firma einfach dass sie nicht so sehr auf diese verkäufe und auf dieses geld machen sich konzentrieren dürfen die werden von alleine geld machen wenn sie ein gutes spiel abliefern und wenn sie die leute nicht so verarschen und abziehen die leute werden sich das spiel kaufen weil es gibt keine andere alternative wenn du basketball spielen willst wann checkt es diese scheiß firma endlich das ist